Die Debatte, die hat er auf jeden Fall ausgelöst und über die möchte ich sprechen mit Dr. Klaus Wittmann, General ADO, Militärhistoriker. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag, Frau Wirtmann. Eigene Truppen in der Ukraine, das schien bisher ein Thema, über das man noch nicht mal reden müsste, weil es so unwahrscheinlich ist. Jetzt dieser Vorstoß von Macron, die deutlichen Antworten, die wir schon gehört haben. Denken Sie, es ist schlau, dass er überhaupt dieses Thema angesprochen hat? In der jetzigen Situation kann die Ukraine das gebrauchen? Nein, das ist eine unnötige Debatte und sie zerstört auch ein bisschen den Eindruck von Einigkeit hinsichtlich Luftverteidigung, Munition und so weiter, den ja dieses Pariser Treffen schaffen sollte und geschafft hat. Das war nicht abgesprochen. Im Übrigen hat er das nicht aktiv vorgebracht, sondern auf eine Reporterfrage geantwortet. Man sollte nichts ausschließen und das lenkt ab. Das führt zu Konfusionen. Der NATO-Generalsekretär hat sich geäußert. Scholz hat sich geäußert. Aber eins fällt dabei auch auf, dass in Frankreich offenbar weiterhin Verärgerung darüber besteht, wie Deutschland und der deutsche Kanzler sich brüstet mit der Nummer zwei als Unterstützer der Ukraine, obwohl es da auch andere Zählmethoden und Berechnungsmethoden gibt. Und Macron hat in dieser Pressekonferenz auch gesagt, es gibt ja manche, die immer zunächst alles ablehnen und am liebsten nur Helme und Schlafsäcke liefern. Also da ist wieder ein unguter Missakkord in dem deutsch-französischen Verhältnis. Das ist alles unnötig. Es bleibt dabei, die NATO will mit Bodentruppen nicht dort beteiligt sein. Man muss es eigentlich gar nicht so oft wiederholen, denn für Putin ist das immer der Versuch der Beschwichtigung und der Schwäche. Aber es ist klar, darüber sind wir uns im Bündnis einig. Die Kritik an Scholz, sie hält auch an. Das haben Sie auch gerade noch einmal gesagt, Macron beispielsweise. Da geht es weiter um die Taurus-Lieferungen. Auch hier hat Olaf Scholz noch einmal deutlich gemacht, er bleibt bei seinem Nein. Interessant war, dass deutsche Soldaten hier eine Rolle gespielt haben. Denn in Olaf Scholz' Augen ist die Lieferung von Taurus gar nicht möglich, ohne dass deutsche Soldaten in irgendeiner Art und Weise dafür benötigt werden. Teilen Sie diese Einschätzung? Überhaupt nicht. Und ich möchte damit beginnen, dass ich zitiere, Scholz hat in der gestrigen Chefredakteur-Pressekonferenz der dpa gesagt, die Ukraine braucht jetzt Munition und Zitat, nicht in entscheidender Weise diese Sache aus Deutschland. Also das ist kein Entweder-Oder. Die Ukraine braucht natürlich jede Menge Munition, wo auch wir schuld daran sind, dass das nicht schon vor zwei Jahren alles angekurbelt worden ist. Sie braucht Luftverteidigung, sie braucht mehr Gefechtsfahrzeuge. Sie braucht aber auch dieses System Taurus. Und wenn man den russischen Nachschub zur Krim und von der Krim zur Südukraine möglichst weitgehend abschneiden kann, dann dient das der Entlastung der ukrainischen Truppen an der Front und auch der Kriegsverkürzung. Und jetzt die deutschen Soldaten. Alle sachlich bisher geäußerten Argumente in der schon ein Dreivierteljahr dauernden Diskussion um die Taurus sind widerlegt. Die Geodaten reicht bis Russland. Die Luftwaffe kann das nicht entbehren. Die Industrie kann nicht nachliefern. Und deutsche Soldaten müssen in der Ukraine diese Sachen programmieren. Das ist nicht wahr. Das ist widerlegt. Sie können genauso, wie wir die in Idar-Oberstein an der Panzerhaubitze ausgebildet haben, in Deutschland am Taurus ausgebildet werden und dann in der Ukraine, genau wie mit der Panzerhaubitze, damit zurechtkommen und brauchen keine deutschen Soldaten. In der Ukraine, das geht nach dem Motto der alten Volksweisheit. Und Frau Strack-Zimmermann hat es schon angedeutet, wenn man etwas will, findet man Wege, wenn man es nicht will, findet man Gründe. Und dann bleibt eigentlich als des Kanzlers Motiv nur wieder die Furcht vor einer Eskalation. Und da erinnern wir uns dran, dass er seinerzeit aus dem Auswärtigen Ausschuss zitiert wurde, ein paar Monate nach der Invasion, dass die Lieferung sogar von Schützenpanzern Marder an die Ukraine eine furchtbare Eskalation bewirken würde. In Russland, da werden Putin und seine Generale sich unglaublich freuen, dass sie mit der Bedrohung ihres Nachschubs und ihrer Führungsfähigkeit durch dieses potente System jetzt nicht mehr rechnen müssen. Also gleich zwei Gründe für Russland, aktuell doch auf den Westen zu schauen und sich zu freuen, die Diskussion rund um die Bodentruppen und die weiterhin ausbleibenden Taurus-Lieferungen. Herr Wittmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Einordnungen. Danke Ihnen. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Die Anleitung dazu, die wir sehen, wie 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 wir sehen. Vielen Dank.